So, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ende der letzten Folge haben wir hier aufgehört. Und ich wurde eben schon gerade von hinten von einem Zombie angegriffen, der hier irgendwo herkam. Ich weiß nicht, woher. Jetzt habe ich schon wieder Angst. Aber erstmal nehmen wir die Kohle mit. So, und ich habe eine Frage an euch. Eine Frage habe ich ja. Keine Frage, eine Frage. Wollt ihr, dass ich in jedem Minecraft-Video eine Community-Frage stelle, die ihr dann beantworten dürft? Und ich werde sie natürlich auch beantworten. So, aber ansonsten, wenn nicht, dann habt ihr sie eben halt nicht. Ich werde sie am Anfang jedes Videos dann stellen. Immer eine verschiedene. Und ich werde sie natürlich auch beantworten. Ich habe schon wieder Spinnen und Zombies. Das ist ganz und gar uncool. Wenn jetzt noch irgendwas kommt, dann bin ich wohl tot. Und deswegen würde ich sagen, wir bauen noch das hier ab und verlassen das. Also verlassen diese Höhle. Auch wenn ich das Gold ganz gerne hätte. Und ich weiß gar nicht, ob ich hier wieder rausfinde. Das ist viel schlimmer. Und ich habe vergessen, die Uhr einzuschalten. Das ist auch sehr schlimm, eigentlich. Aber zum Glück, jetzt ist noch nicht viel Zeit vergangen. So, ich denke, hier geht es wieder raus. Da ist der Wasserfall, da ist Kohle. Kohle kann man immer gebrauchen. Vor allem für das, was ich vorhabe zu bauen. Ich habe Colt Mirrors Minecraft Video gesehen. Und muss sagen, der Leuchtturm ist eine brillante Idee. Den werde ich mir auf jeden Fall auch bauen. Weil mein... Da gehe ich noch nicht lang. Mein Haus ist nicht so nah am Spawn Point. Und dann ist dieser Leuchtturm die ideale Lösung dazu. Deswegen werde ich den auf jeden Fall auch bauen. So, bis die Hacke kaputt ist. Das dauert nicht mehr lang. Aber was brauche ich denn? Ich brauche Lava. Ich brauche unendlich viel Glas. Ich brauche Steine. Also ich werde da schon ein kleines Haus anbauen. Wasserfall. Gegen die Physik. Auf geht's. Wie ihr seht, der Zombie hat mir ganz schön zugesetzt. Der kam von hinten. Und ich habe mich gerade gewundert, warum Fraps nicht anspringt. Und da hat er einfach mal eben mein Ohrläppchen abgekaut. Hier oben sind wir. Hier war Kohle drin. Das heißt, hier ist auch irgendwo der Ausgang. Ich hoffe, es ist Tag draußen. Hier geht es schon mal nicht raus. So. Jetzt müssen wir einen anderen Weg nach draußen finden. Beziehungsweise wir müssen den Weg nach draußen finden. Ich glaube, hier ist richtig, oder? Sieht so aus. Aber nicht, dass es... Nicht ernsthaft. Ich kann da jetzt nicht rausgehen. Ich baue das jetzt erstmal zu. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn es Tag ist. Also bis gleich. So, es ist... Es wird langsam hell. Oder beziehungsweise schon hell. Und ich werde jetzt mal die Außenwelt abchecken. Ich könnte wetten, mir springt nicht ein Creeper ins Gesicht. Creeper. Spinne. Creeper. Zombie. Wunderhaft. Sonst geht das. Egal. Hühnchen. Oh, Schwein, 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 Schwein. Schwein ist gut. Schwein, komm her. Ich habe Angst, dass ich sterbe. Creeper, wo bist du? Creeper ist hier Creeper? Creeper? Uh, Creeper. Schwein. Schwein, 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 Schwein. Oh, Schwein gibt gleich zweimal Fleisch. Wie wundervoll und nett von diesem Schwein. Außerordentlich großzügig. Creeper. Geh. Nicht dein Ernst. Nein. Scheiße. Genau für diesen Fall wollte ich einen Leuchtturm bauen. Das ist nicht passiert gerade. Das ist einfach nicht passiert. Leute, ich glaube, ich muss mein Video gucken, um den Weg zurück zu finden. Oder ich irre jetzt einfach hier rum und suche. Oh mein Gott. Das ist nicht passiert. So eine Scheiße. Oh, Mann, ey. Klettern wir erstmal auf diesen Berg und gucken, was so abgeht. Oh, Mann. Überall Bäume. Klasse. Ach, cool, cool, cool. Okay, cool. Okay. Da hinten vielleicht? Ist das mein See? Nee, ne? Nee, das ist keineswegs mehr im See. Ist das mein See? Könnte das sein? Nee. Okay, Leute, ich hab... Keine Ahnung, wo ich hin muss. So absolut kein Plan. Wisst ihr, wie das ist? Wenn nicht, dann spielt Minecraft und stirbt. Gut, ich würde sagen, ich gehe wieder zum Anfang. Guck mein erstes Video an und guck, wo ich langgelaufen bin. Oh, das ist so ein Scheiß. Mein Gott. Das darf doch nicht, weil ich hätte dieses Schweineschnitzel essen sollen. Ganz einfach. Essen. So, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich weiß, wo ich lang muss. Bis dann. So, ich weiß ungefähr, wo ich lang muss. Erstmal gehe ich hier lang. Oh, der Weg ist scheiße. Ich hab echt scheiße gemacht am Anfang. Ich glaub, ja, das war ich, oder? Ja. Wieso hab ich das? Egal. Hier irgendwo lang. Irgendwie irgendwo. Erstmal über die Bäume hüpfen. Da ist das Wasser. Okay. Dann an dem Berg da vorne vorbei, würde ich sagen. So war das, glaube ich, im Video. Und wenn ich jetzt bei Skype angerufen werde, ne? Dann töte ich diesen Phoenix. Ich töte ihn. Hier. Irgendwie. Vielleicht. Ich denke, hier lang. Irgendwie einfach mal hier hoch. Haben wir vielleicht eine bessere Aussicht. Schnee! Nein! Hier sollte kein Schnee sein. Wir könnten uns natürlich auch neu aufbauen, aber dazu hab ich keine Lust. Also suchen wir jetzt einfach verzweifelt weiter. Oh, hopp. Ich glaub, wir sind... ...da hinten, oder? Das ist es, glaub ich. Wenn es da hinten ist, dann bin ich glücklich. Okay, hier lang. Hüpf, 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 hüpf. So. Doch, ich glaub, das ist da hinten. Hm, das sieht gut aus. Ja. Ja, das sieht sehr gut aus. Aber ich könnte mich auch irren. Irren, irren, irren. Ja, irren. Das ist ein Volk. Das ist... Ha. Das sieht doch nicht so gut aus. Aber wir gehen einfach mal gucken, ob ich vielleicht doch richtig liege. Ob ich da hinten rein muss, oder auch nicht. Seht ihr, wenn das Licht angeht? Komm, sag mir, ich muss hier hin. Ich bin verzweifelt. Ich bin richtig verzweifelt gerade. Irgendwo. In dieser großen, weiten Minecraft-Welt ist mein Zuhause. Oh mein Gott, bremende Bäume. Wie kommen die hierher? Ist hier etwa Lava? Hier kommt Wasser. Aus dem Berg? Kommt hier Lava irgendwo aus dem Berg? Ja, in Tatsache, hier kommt Lava aus dem Berg. Cool. Da ist die Lava. Die diese Bäume... zum... verbrennen gebracht hat. Ich nehme ein, hier bin ich falsch. Das ist jetzt... nicht mehr cool. Ich muss zurück. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich... weitergekommen bin, als... den falschen Weg zu nehmen. Bis gleich. So, ich denke, ich habe einen Platz gefunden, den wir wiedererkennen. Das hier. Hier habe ich, glaube ich, mal was abgebaut. Dann würde ich sagen, da hinten irgendwo liegt mein Zuhause. Deswegen werden wir jetzt da hingehen. Juhu. Wenn es da nicht ist, dreh ich durch. Sag bitte, was es da ist. Das darf nicht wahr sein. Sieht das gut aus? Das sieht gut aus. Das sieht... so... verdammt... gut aus. Ja, Mann. Ich habe mein Zuhause wiedergefunden. Wundervoll. Hoffentlich liegen die Sachen noch da. Sag bitte, dass die Sachen noch da liegen. Das ist alles, was zählt jetzt. Komm. Sachen. Ich komme wieder. Komm schon. Sind meine Sachen noch da? Der Creeper ist auf jeden Fall nicht mehr da. Der hat Boom gemacht. Natürlich sind meine Sachen weg. Ja. Natürlich. Wundervoll. Scheiße. So eine... Boah. So eine heftige Scheiße. Jetzt war ich komplett umsonst. Und jetzt wird schon wieder dunkel. Ich kann durchdröhnen, Mann. Durchdröhnen. Sag ich, hier habe ich nur Scheiße. Weil Scheiße. Nur Scheiße. Mann. Toll. Jetzt habe ich auch keinen Plan, was ich machen soll. Auf jeden Fall werde ich... einen Leuchtturm bauen. Die Rohstoffe dafür werde ich... offscreen sammeln. Kann ich das eigentlich so ernten? Ne. Toll. Jetzt darf ich es nur anpflanzen. Gute Sache. Wie ernte ich das denn, das Zeug? Egal. Ähm, ja. Dann machen wir uns jetzt noch eine Spitzhacke, würde ich sagen. Oder zwei. Oder drei. Und dann werden wir fröhlich in unserem Stollen weiterhacken. Die paar Minuten, die noch bleiben, werde ich euch so unterhalten. So. So. Alles verloren. Das kann ich nicht glauben. Ich kann das nicht glauben. Sagt mir, ob ihr damit einverstanden seid, dass ich... ähm... den Sand für... und den... für den Leuchtturm offscreen sammle. Bitte. Sagt es mir. Hier werde ich noch was... ran bauen. Das werde ich bald tun. Das wird... Das ist wie so ein Schutz... Ach, da unten ging es ja noch weiter, ne? Ja. Ich glaube, hier ist sogar recht interessant gewesen, oder? Ach, ne. Ich brauchte eine Schaufel. Genau. Okay. Dann werden wir jetzt wohl wieder hochklettern. Und ich würde sagen, dann machen wir an der Stelle Schluss. So sind frei. Diese Folge gar nichts geschafft. Nur was verloren. Ich glaube das echt nicht. Wieso sterbe ich denn da auch? Und wieso sind meine Sachen weg? So ein unfaires Spiel. Habe ich die Türen zugemacht? Ja. Mann. Wir haben da noch ein bisschen Glas, aber das ist niemals genug für einen Leuchtturm. Was wollen wir? Wir brauchen Steine, Glas und Lava für den Leuchtturm. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Kohle, Steine. Ich will nämlich durch diese. So, den werden wir da vorne hin bauen, damit wir dann auch immer wieder hierher finden. Ganz einfache Sache. Ich glaube, ich werde noch eine kleine, klitzekleine Strandhürte bauen, wo ich dann Sand sammeln kann. Ganz einfach und flexibel. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal. Oh, da liegt noch Eisen drin. Das Eisen, das ich in der Höhle gesammelt habe, habe ich natürlich verloren. Ganz top. Oha. Und ja. Das ist doch wieder raus. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, weil es wieder heißt, Let's Play Minecraft. Und wir erreichen nichts. Bis dahin.